Du weißt schon, dass du jetzt ein wunderschönes Gebäude hier hast. Drängenfleisch, was? Sarob und Boon ist immer noch nicht da, ich sehe noch einfach nicht. Basen, ewig nicht mehr gesehen. Leiter, 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 leiter. Oh, Sparrowmine. Tschüss. So, jetzt haben wir hier wieder komplett Wasser. Hier. Mod Drop. Wird besenkt. Halten haben wir das Aragnoid noch nicht. Alter, ich schwör's dir. Mach die Tür zu. Und da kommst du. So. Wom ist eigentlich... Da wollen, da wollen, da wollen, da wollen, da wollen. Ah, da hinten. Warum verfolgst du ihn jetzt nicht? Und jetzt. Alter, ich brauch doch echt nur einen fucking Basen, Alter. Es ist doch nicht zu fassen, Alter. Und weit und breit sehe ich keins. Der Igler, der kommt hier dauernd, ohne Ende, oft und ununterbrochen. Der Igler, der hat schon 6, 7 Stück von meinen Candelis gefressen, ohne Ende. Aber es war jedes Mal ein anderer, irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kukodai Er läuft gerade durch Wasser und es hört sich an, als wenn er durch Staub laufen würde Ah, Hallöchen Swingersnap Würdest du kurz unseren Besuch mal Hallo kommen sagen? Was ist los? Was? Habe ich was? Chico und Es, E-Slice, warum auch immer Chico und E-Slice miteinander bestellen? Habe ich was? Ja! 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 Warum betteln die sich jetzt? Okay, BunBun kommt trotzdem, das ist schon mal ganz gut Ich verstehe diese Kämpfe nicht irgendwie Ja! Wird auch irgendwann mal jemand krank oder? Huch! Okay, wir haben anscheinend keine Lust mehr Gab wo eine kleine Meinungsverschiedenheit Ja! Pass mal auf Twingersnap, ich hätte dich gerne mal ein bisschen weiter hier vorne Hier hin Und, uh... Der Hunter-Time müsste so wundgescheuert sein von dem. Der ist ja auch noch nichts angelockt, das merken wir uns mal, dass er das hier tinkern kann und dann 550 bringt. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen, du sollst hier hin, ist nicht schwer. Bis zum nächsten Mal. Schön da drinnen, ne? Ach, Twingersnap, ohne Witz jetzt, schaffst du es wenigstens hier hinzukommen? Oh, das ist auch wieder zu kompliziert für dich. Oh, das kriegt er geschissen. Wahrscheinlich beide Gehirnhälften verbraucht, ey. Oh, ich muss langsam Schluss machen, ey. Mir wird schon wieder richtig schlecht. Geh, da, lang. Es ist ganz einfach da langzulaufen, es ist voll easy. Geh, da, lang. Geh, da, lang. Geh, da, lang. Geh, da, lang. Das Ding ist zu blöd. Geh, da, lang. Geh, da, lang. Geh, da, lang. Basen, ich werde irre, moin. Ich muss mir jetzt schon wieder hin, wenn er was singt, ich werde irre damit, alter. Ihr bleibt hier. Bis zum nächsten Mal. Ich bin wieder weg, ich habe keine Ahnung mehr, wo er hin ist. So, wonach wollte ich gucken nachher? Achso. Ich wollte wissen, warum Basen nicht mehr reinkommen hat. Das andere habe ich vergessen, was ich nachschauen wollte. Ich glaube, da habe ich ein paar zu viele hier. So. 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 So.